Servus miteinander, heute mal ein kleines Real Talk Video, heute hauen wir mal ein bisschen auf den Tisch. Ja, man liest es wirklich in der Zeit öfters und da muss ich jetzt einfach auch mal was dazu sagen, was einfach nur lächerlich ist in meinen Augen. Ich kann es nicht anders sagen, der FCA sei eine Art Reiter-Truppe und die gehören ja in die Regionalliga etc. Es ist einfach, ja, das Gleiche und es ist seltsam, auch oft von Teams höre ich das, wo komischerweise in den zwölf Jahren, wo wir drin sind, schon ein paar Mal abgestiegen sind oder was weiß ich. Es sind auch wirklich nicht alle. Jetzt in der Zeit, wo wir in der Liga sind, jetzt mal nur überlegen, sind wir eine reine Träte? Zwölf Jahre sind wir drin am Stück. Köln ist abgestiegen, Hertha ist abgestiegen, Stuttgart ist abgestiegen, Bremen ist abgestiegen, die Hertha ist abgestiegen, Hamburg ist immer noch in der zweiten Liga. Oder, ja, komisch, was sind die dann? Oder, ja, das will ich mal so in den Raum stellen. Klar, wir kommen schon über die Kampfleidenschaft momentan. Wir wollen das auch besser in Zukunft, dass wir besser mit dem Ball spielen. Die Ambitionen haben wir mittlerweile auch. Aber wir sind ein Team, das kommt über Leidenschaft, Kampf. Und genau deswegen sind wir ja in der Liga. Und so komplett plump und schlecht können wir ja nicht spielen. Ich habe jetzt hier auch links ein paar Reaktionen aufgeschrieben. Lesen wir mal die Unterricht. Die Reaktion der Augsburger ist natürlich lächerlich. Klasse ist faul. Da geht es um das Foul von Vargas, wo sich Baumgartling jetzt aufgeregt hat am Wochenende. Kann man froh sein, dass es nur Gelb gab. Genau, ist so. Es war definitiv eine dunkelgebe. Aber Vargas, der geht da, habe ich schon drüber geredet, auch. Er will ja zum Ball. Der Fuß ist nicht in der Luft, sondern am Boden. Hat sich wieder keiner verletzt. Und das ist auch wieder so ein Thema. Wir haben in dieser Saison eine einzige gelb-rote Karte, die vielleicht auch eher eine Napalier war, wo Merki ein bisschen den Arm im Kopfballduell zu hoch hat, kriegt er halt gelb-rot. Und keine einzige rote Karte, also keine einzige. Einige gelben, ja, das ist richtig. Aber trotzdem, unsportlich ist es nicht. Und ich meine, wir haben auch dieses Jahr keinen einzigen Spieler verletzt oder etc. Es waren immer Kampfspiele, ja, Zweikampf betont. Aber Fußball ist ein Zweikampfsport. Ein Mann-gegen-Mann-Sport. Elf gegen elf. Das ist kein Sport, wo man einfach nur einen durchlasst, ohne was dagegen zu tun. Das ist einfach so. Also was erwarten dann die Leute, dass wir da einfach uns ergeben? Oder verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist das eher so ein bisschen auch die eigene Unzufriedenheit. Bei Köln ist es definitiv nicht der Fall. Zum Beispiel, die spielen ja jetzt auch endlich über Mentalität Kampf. Und das ist einfach so. Und das ist ja auch gut so. Es ist ja auch schön, wenn man sieht als eigener Fan, dass die Mannschaft lebt und kämpft. Das würden andere Teams gerne haben, die da jetzt ein paar Mal abgestiegen sind. Und da nehmen wir mal Schalke letztes Jahr. Da wurde ja auch gesagt, kein Leben in der Mannschaft, keine Leidenschaft. Die kämpfen ja nicht mehr. Sie müssen ja nicht mal schön spielen. Aber Kampf, ja, das meine ich. Warum sollte man das nicht dürfen? Aber gehört zur Augsburg-Philosophie, den Gegner permanent zu produzieren. Und der Erfolg gibt ihnen ja scheinbar recht. Nichtsdestotrotz muss ich als Kölner sagen, dass die Interviews der Augsburg nach Abpfiff sehr fair und ehrlich waren. Das fand ich jetzt zum Beispiel einen guten Kommentar. Es stimmt schon, gewissermaßen ist es schon, unsere Philosophie, Gegner so in Niedlichkeiten zu verwickeln. Aber, ich sage ja auch ganz klar, da kam auch mal ein Kommentar, bei jedem FCA-Spiel ist irgendwie Meckern, Rudelbildung oder so. Ja, dann schaut mal bitte mal die Spiele der anderen Teams an. Die unten drin, fast in jedem zweiten Spiel, sogar bei den Bayern ist es ab und zu so der Fall, ist eine kleine Rudelbildung. Was jetzt Sky oder Dazone daraus macht, aus solchen Szenen, ob sie das jetzt mega highlighten in den Highlights. Weil ich bin mir ganz sicher, dass die Leute, die sowas schreiben, meistens nur die Highlights von FCA-Spielen gucken und einmal in der Saison uns halt dann sehen und uns als unangenehm sehen. Weil da das Mindset so ist, jetzt kommt der FCA, die müssen wir schlagen. Wenn die nicht schlagen, ja wen dann? Genau das ist nämlich Teil der Wahrheit. Wir sind nach Schalke zum Beispiel gefahren, da hat Schalke auch gesagt, was ich auch total verstehe, die müssen wir schlagen. Und dann gewinnen wir halt 3-2, sogar in Unterzahl. Da war es aber auch, finde ich, gar keine blöden Kommentare, weil Schalke hat gerade die eigenen Sorgen. Und so ist das im Fußball. Konzentriert euch auf euch selber, spielt den Sport. Und der FCA ist eine Truppe, die gegen den Ball unfassbar unangenehm ist. Wir sind eine kleine, rotzige Mannschaft, die mit ihren Mitteln wirklich auch Gegner ein bisschen zu verzweifeln bringt. Schaut nach Spanien, Atletico, Madrid nur auf einem ganz anderen Niveau. Natürlich spielt auch jetzt einen anderen Stil als Real Madrid und Basa und wurde damit Meister. Unverboten ist das nicht. Man tut halt die Tugenden, die man hat, auf den Platz bringen. Und damit haben wir unseren Erfolg. Und man muss jetzt auch bei uns mal auch sagen, wenn wir jetzt so eine schlechte Tretertruppe sind, mein Gott, sind die schlecht, die gönnen die Regionalliga. Bei uns fehlen die drei marktwertvollsten Spieler, nahezu die ganze Saison. Elf Spieler haben gegen Köln zum Beispiel gefehlt. Also wir müssen ja auch irgendwie schauen, dass sie an unsere Punkte kommen. Was das momentan nicht schön ausguckt, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist uns auf Prinzip einfach schnuppegal, wenn man in der Liga bleibt. Wir sind nicht einer der marktwertstärksten Teams. Wir haben nicht den größten Etat. Das ist halt einfach so. Wir rutschen manchmal ein bisschen nach oben, aber ansonsten sind wir oft momentan unten drin. Der Anspruch ist schon, besser zu spielen. Aber da muss halt auch der Kader mal fit sein. Da gehören viele Faktoren dazu. Aber dass wir jetzt eine unfaire, unsportliche Mannschaft sind, das ist absolut nicht richtig. Ganz im Gegenteil hier. Wir waren nach dem Köln-Spiel, das habe ich auch von vielen Kölnern auch gehört, auch bei mir, dass es alles sehr fair war. Auch bei mir in der Watchparty, wo die Kölner da waren. Da war alles respektvoll, komischerweise. Und einfach fair und nett. Auch uns gegenüber. Wir haben in Köln zum Beispiel jetzt völlig verdient verloren. Es gab keine rote Karte. Es war ein, zwei harte Fouls. Aber auch von Kölner Seite einmal hält einer drüber. Das ist halt so. Das ist ein Zweikampfsport. Baumgartlinger rastet halt aus aus der Emotion. Baumgart, Baumgart natürlich der Trainer von Köln, aus der Emotion. Pöbelt er. Aber im Interview danach hat er sich auch entschuldigt, dass das ein Ticken zu viel war. Er kommt ja auch selber über die Mentalität und war als Spieler nicht der, wie sagt man, der Goldengel. Es ist auch, die Kölner spielen hart in manchen Spielen. Das ist so. Keiner reist gern nach Köln. Aber es hat jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun. Dieser Grundvorwurf ist in meinen Augen einfach nur kompletter Bullshit. Wir sind seit zwölf Jahren in der Liga und nicht nur, weil wir treten, sondern weil wir auch gut Fußball spielen können. Wir können mit der Spielweise Divi auf den Platz bringen, Gegnern wehtun. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Ich bin überzeugt, dass wir definitiv dieses Jahr nicht absteigen werden. Vor allem, weil in der Rückrunde noch hoffentlich dann der Kader sich endlich mal findet. So viel Verletzungsperch. Genau aus den Tugenden, die hier einfach geschrieben haben, Mentalität, Leidenschaft, ist bei uns einfach teilweise einfach stärker wie bei Teams, die scheinbar eine bessere Qualität vom Spielermaterial auch stand. Jetzt haben wir bei uns einfach viele fehlen. Wir kriegen es hin, diese Teams einfach zu schlagen und zu ärgern. Und das machen wir mit diesen Tugenden. Wenn das die anderen Teams nicht schaffen, sind wir nicht die Deppen, weil wir sind dann am Ende wieder drin. Es gehört halt dann dazu, wenn wir so schlecht sind, dass die anderen Teams auch mehr Punkte als wir holen. Und dazu gehören auch im Fußball Tugenden wie Mentalität, Leidenschaft, Kampf und sich in jeden Zweikampf reinzuwerfen, als gibt es kein Morgen mehr. Wenn es mal in Zweikampfbetonten spielen auch zu härteren Fouls kommt, das kannst du ja nicht verhindern. Dann geht es mal in die Halle, spielt mal vier gegen vier in einer kleinen Halle. Was willst du da machen? Das ist auch hart, da verletzen sich oft Spieler. Das ist ja nicht mal böswillig. Man spielt nun mal Mann gegen Mann orientiert. Und wenn man das Feld, wie wir, sehr kompakt macht und draufhaut, die Zweikämpfe kommt, dann kannst du nicht jeden Zweikampf wie eine Ballerina hingehen und schauen, oh, hoffentlich berühre ich den Gegenspieler nicht. Also ich bitte euch, das ist Fußball, das gehört dazu und wir spielen so. Da möchte ich einfach mal noch das Statement raushauen. Das hat mich einfach so ein bisschen geärgert für meine Verhältnisse. Aber ich bin auch irgendwie stolz darauf, dass die anderen so über uns schreiben. So haben wir uns doch unseren Ruf hier auch in der Liga gemacht. Jetzt nehmen wir mal Ulium Berlin, kommt genauso über Kampf, hat mit am wenigsten Ballbesitz in der Liga. Ich glaube, auf Platz 16, 17, schlechteste Passquote der Liga, steht auf Platz 1 mit vier Punkten Vorsprung. Ist das schöner Fußball, haben sich die Dortmunder auch geärgert. Auf eine gewisse Art, ja, weil die halt schnell umschalten, gerade nicht die Bälle vorpreschen und das einfach gut machen. Ist das verboten? Nein, ist es nicht. Da müssen halt Teams wie Dortmunderlösung dagegen finden, wenn sie die Qualität nicht haben, dann verlierst du halt 2-0, Punkt aus. Fertig, aus. Und so wirst die Bayern am Ende halt nicht jagen können. So ist es und nicht anders. Also in diesem Sinne, schreibt mir mal eure Meinung dazu, liebe Augsburger, auch gerne auch an die Gäste. Ich bin, wie gesagt, ich mag die ganze Liga. Ich liebe es, wenn man sportlich fair ist, auch nach dem Spiel auch immer verliert und gewinnt. Aber mal bitte die Kirche im Dorf lassen, vor allem, wenn man selber vielleicht die letzten Jahre ein paar Mal abgestiegen ist. Und schaut mal selber, dass ihr vielleicht die Leidenschaft und Mentalität auf dem Platz kriegt und in der Liga bleibt. Danke. Reifen, follow, Abonnenten, alles da lassen, weiß Bescheid.